Herzlich willkommen im Tierhotel in Brokenlande. Unser Tierhotel und unsere Hundeschule liegen direkt im Herzen Schleswig-Holsteins, direkt an der Autobahn A7 Abfahrt Großen Aspe. Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 18 Uhr. Sie können uns also gerne besuchen. Auch an Sonn- und Feiertagen haben wir für Sie geöffnet. Die Haltung der Hunde ist bei uns in der Regel Paarweise. Das bedeutet, wir nehmen im Normalfall bei uns Rüde und Hündin zusammen. Wenn das passt oder harmoniert, machen wir auch gerne mal ein Trio oder ein Quartett. Selbstverständlich achten wir hier auf Sachen wie Kastrationen, gleiche Größe, gleiches Gemüt, Alter etc. was wichtig ist. Die Hunde kommen bei uns tagsüber abwechselnd in die Ausläufe, wo sie mit einem Spielkameraden spielen und umher tollen können. Auf Wunsch auch extra mit Animationsprogramm natürlich. Bei uns in der Hundeküche wird morgens das Futter zubereitet. Futter gibt es in der Regel von uns. Das bedeutet, wir können auf normale Futterwünsche immer eingehen. Wir haben verschiedene Trockenfuttersaaten da, Dosen, Flocken, Mixer. Es ist kein Problem, wenn gewünscht wird Getreidefrei, Weizenfrei, mehr Trocken oder mehr Nassfutter. Das ist alles kein Problem. Hat Ihr Hund Probleme mit dem Hundefutter, dürfen Sie Ihr Futter selbstverständlich auch gerne mitbringen. Die Fütterung erfolgt in der Regel alleine. Einfach damit jeder zu seinem Futter kommt, es keinen Streit untereinander gibt und wir die Übersicht behalten, ob jeder da zu seinem Recht kommt. In unserem Hundebad werden die Tiere von uns gebürstet, bei Bedarf werden die Ohren sauber gemacht und die Krallen geschnitten. Wer möchte, kann auch ein Hundefriseur dazu buchen. Bei einer Pensionsdauer von mehr als fünf Tagen werden Hunde einmal am Ende von uns gebadet. Natürlich auch nur dann, wenn es auf der Badefläche keine Probleme gibt. Allez, es war ein neues Gebärmacher. Whoa! Huh! Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh. Nach dem Baden werden die Hunde von uns getrocknet. Hier haben wir eine Trockenbox, das ist ein Warmluftfön, wo die Tiere dann vorgetrocknet werden, damit keiner nass nach draußen muss. In dem normalen Preis ist die komplette Pflege enthalten, das bedeutet Futter, Fellpflege, Auslauf, Mehrwertsteuer, alles was rundum dazugehört. Wenn Sie möchten, haben wir für Sie eine Extraliste, auf der Sie zusätzliche Sachen buchen können, wie extra Gassi, extra Fahrradfahren, extra Futterwünsche, wie Leberwurst, Brot und dergleichen mehr. Hier sehen Sie unsere neu gebauten Hundeanlagen, alles etwas größer und neuer und heller natürlich. Auf diesen Freiflächen hier sehen Sie jetzt noch nicht, haben wir schon neue Hundeausläufe gebaut, wo noch mehr getobt werden darf. In unserem Katzenhaus ist die Haltung in der Regel einzeln. Das bedeutet, wir haben an jedem Raum einen eingezäunten Freiauslauf mit dran, dass die Katze, die raus darf, auch in diesem Freiauslauf umher stöbern kann und so wird tagsüber immer durchgewechselt. Unser Tierhotel besteht mittlerweile seit 1976. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie einmal bei uns begrüßen dürfen. Untertitelung erhalten.